treffen von jäger und beschützer offenbart und empfängt das letzte mysterium wegweiser für die jäger kapitel 9 artikel 9 und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge der amerika 2 hier wie immer 5 lies mit bg hallo ja und in der letzten folge haben wir einen etwas nervigen endgegner meiner weile nach besiegt ist das komische bett es mit seinem wie ist das so gesagt sperrt 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 mit einem sperrt ja sperrt gangbang korala aber das kommt ja erst noch später ist die folge überhaupt schon draußen das ist jetzt für dienstag nein nein oh da habe ich gespoilert tut mir leid aber hier guckt euch geht ihr an da wisst ihr was wir mit gangbang koala meinen samstag den 15 das ist ein neuer insider ich meine dg hat den auch schon gepostet oder ja dann will platz gegen gegen die koala mission starten los geht's ab in die nächste folge ja wir brauchen den nächsten auch neues logo maskottchen oder sowas für die peter match ja und damit den stern logo das läuft bei dir falsch hallo ich habe keine ahnung was du machen musst ich glaube ich muss irgendwas angesehen und irgendwas abschießen aber ich weiß nicht was und auch fast dass du nicht zu weit am rand gehst soll die scheiße immer schön mittig bleiben wie es aussieht was macht mir das jetzt weil ich das immer was andere rein aus fuui fuui aus dir doch einfach mann nervt ist dir gegner ever könnte doch von mir aus der klasse ich weiß nicht mal genau was sie angreifen ich glaube mit dem schäden oder ich weiß nicht muss mal aufpassen du ist fast tot fuuuu kreis aber reicht das der mann kack geht mal ehrlich voll nervig ne ich ziehe pin auch kei charme da sind wir wieder schönes einfallen lassen capcom fickt euch ganz ernst ja nein Capcom ist cool ich bringe viele bessere games raus ja DMC, Death Rising, Resident Evil Street Fighter na gut super, da muss ich mich mal komplett etc. etc. ah ok passt nächst nächst und noch einer ja ach die Dinger muss ich auch noch nicht zerstören sieht ganz aus alter doppelnerviger Gegner, ohne Scheiß die Lampe des Todes kriegt ein Drehrohr dabei assi knallen wir nicht an hier warum treff ich denn, peterlich hab dich letzte jetzt du scheiße muss nicht nochmal sein hallo hi hast du jetzt das ding geöffnet da hinter dir was ja guck juhu ne das war das ok und jetzt zurück oder was gute frage ja sieht so aus ok mal gucken was da jetzt passiert hey tater bad ass dancer das ist die alte ja du find das bedeutet wir haben eine neue Mission das bedeutet wir haben eine neue Mission große große bett area das gefällt mir das ist die 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 Hm, ok. Muss ich in den Dark Cup gehen, oder was? Was ist das für ein Ding? Sag, du bist irgendwie ein Mario. In die Ferne. In die Ketten. Ach so. Ah, die Hunde, oder? Ja. Ach, ich muss in den Dark Cup gehen. Oh, und keine gehen auch noch. Ja, aber der Boss-Fank gefällt mir irgendwie. Ob ich gerade mal ein bisschen auf die Fresse gehe, oder was auch so? Ich setze auch noch Rebellion ein bisschen öfter ein. Au. Okay, der Punkt geht ja nicht aus, man. Oh, da sind die Gegner wegballern, da werde ich jetzt in den Teufel zurückgehen und die wegflaschen. Läuft doch. Oh, weg, 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 weg. Ja, läuft doch gut hier, der Gegner. Ein bisschen in den Schach halten und dann schon ab man es. Ab man es. Ich brauche wieder auf 10 hier. Nobel, Nobel. Das war jetzt voll oft, oder? Ja. Es gibt schon ein paar nervige Gegner bei Spielen, ey. Das war auch mit diesen Scheiß-Gegner-Holerei, ey. Ist nicht so, dass der Endgegner das schon reichen sollte, oder? Nee, normale Gegner müssen auch noch... Bam! In your face. Was? Nervenkitzle-Pol bei dem Spiel. Er hat Kollaps garantiert. Was? Wo muss ich hin? Ah. Jetzt sind die mal weitmolischen Aufzug. Ah, das ist die Tochter von ihr. Was? Was machst du, Granny? Er hat nicht gesagt, was soll das? Lucia ist die von links, oder Lucia? Von... Pokémon? Keine Ahnung, oder? Die Münze hat er auch nie mehr in den anderen Teilen gehabt, oder? Keine Ahnung. Er hat eine Münze geworfen. So Two-Face-mäßig. Wieder 4.000 Orbs. Und können direkt mit der nächsten Mission anfangen. Yay! Ah, neue Waffe, oder? Oder, oder, oder? Der Jägerlehrt mit Glauben zu fühlen. Wegweiser für den Jäger, Kapitel 10, Artikel 3. Mission, Mission, Stunt. Ist die Wirtkeller? Ich sehe das. Katze ihn schon wieder. Erinnerst mich da links. Der Typ. Oh, wirklich? Das ist der nächste Bossfight. Wirklich? Oh, Arkana. Hier ist noch drei für dich. Nein! Was tut Dante da? Was tut Dante da? Oh, er will einfach die Fresse schlagen. Und das hart. Ich meine, Dante ist so, der Typ kann sich von mir noch mit Steroide stärken und trotzdem würde Dante locker wegpumpsen. Das werden wir sehen. Mit anderen Worten, ich. Alter, ganz ruhig hier. Fühlt sich cool über den Revolvers-Arschloch. Und eine Ziganne. Ja, bleib liegen. Ist nur gesund. Der Gegner ist schon wieder so low, ne? Wahrscheinlich aber dann, da er so End-Boss, also End-End-Boss mäßig aussieht. Denk ich mir, dass der jetzt End-Boss abhaut. Oder eine andere Form. Ich wollte es halt zu sich nehmen. Annimmt schon, glaube ich. Annimmt, ja. Ah, da werden wir alles sehen. Wir werden dann gleich jetzt wieder zu Ende, mit der Vision. Kann sein. Wir werden jetzt mal speichern. Da ist nach, nach Minecraft nie wieder Spielständen vertraut. Stimmt wohl. Oh, das ist Duf, Alter. Das ist so ein Ghostling, oder? Kann gut sein, oder? Da oben irgendwo steht, da. Ich bin... Aber halt. Ich bin... ... Ich bin... Ich bin... ... ... ... ... Ah, nicht so schwer jetzt. Wie erwartet es? Hab ihn. Aber er war nicht ganz tot. Krieg ich den hin. Ach, Dante. Next round to the round. Oh, bad ass. Wohin packt er eigentlich das Schwert hin? Ich meine, er hat da eben nicht so das Schwert hinpacken kann. Keine Ahnung. Boah, Alter. Ah, Spannerform. Oder Dermonen. Mission geschafft. Yay! Zwei Minuten. Ernsthaft. Ich hab zwei Minuten für diese scheiß Mission gebaut. Oh. Vielleicht schaffen wir es ja dort noch nächste Woche durchzukriegeln. Next mission. Bisschen nach genug, ja klar. 5 Minuten noch. Attacke. Drei Mission in einer Folge. Drei. 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 Vier Lichter Hoca. Vier Lichter öffnen Türen. In der Zukunft und Vergangenheit. Wigweise! Leverian. Kapitelivamente. Nimm ins Wasser. Nimm使ier starten, weiter gehts. Mal wieder rumhabern. Los gehts. Danke. Okay, wie viel aus habe ich jetzt eigentlich? Ach, keine Ahnung, warte. Warum nicht gleich wieder Panzer-Mecher-Hubschrauber? Und das sperrt. Hinter dir, mein Freund. Er denkt auch sehr wie Captain America. Woher weißt du es, was das nicht ist? Weil es auch mal ziemlich viele gibt. Die sind so verdammt nervig. Ah, voll gut. Ah, ich will wie ich sie auch weiterspielen. Das ist das erste Projekt, was beendet wird, wenn ich jetzt eine Nieder-Session erschaffen sollte. Nein, diese Session darfst du sehen. Nein. Nein, nein, nein. Ich suche gerade schon. Nee, das nehmen wir doch nicht von weg. Das ist doch Spoiler. Das ist Video-Spoiler. Na, lassen wir das sein. Mit Rage? Lassen wir das sein. Jaaa. Jaaa. Könnt ihr aber mal eben kopieren. In der nächsten Folge könnte ich dann sagen, oder? Jaaa. Jaaa. Das ist... Wenn ich vor allem was am Samstag komme, die nächste. Meine ich. Gleich wenn ich diese Session beendet habe, werde ich erstmal nach Hause gehen. Und äh... Ein weiteres Spiel beendet. Das erste Final Fantasy, was ich jemals beendet habe. Wenn ich es schaffe, das ist noch engzeitig. Hoffen wir es ja mal. Ich muss echt sagen, das Spiel gefällt mir wahnsinnig. Jaa. 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 Was sind denn Gegner, sonst wer das auch mal haben? Jaa. Boh. Jaa. Nein. Jaa. Jaa. Ja, jaa. Mein Gott, eyy. Schnitzel, Schnuhn und blb. Waff hier. Jaa. Boah. Oh, wie viele Scheiß-Golams-Golams-Golams wieder mit rum. Oh, nur noch ein Kackvieh. Da ist noch eins. Noch einer. Stirb doch einfach. Endgültig. Und der ist Buggy. Oh, Alter. So ist es wie ein Gegner. Jetzt komm. Nein. Schafft. Yay. Endlich. Die Bewegung der Dämonenwelt wird langsamer, aber sicher intensiver. Sie müssen drei weitere Kräfte freisetzen, um die Dämonenwelt zu erreichen. So gehört einfach ein Krieg. Da hinten ist noch eins. Der ist schon aktiviert. Genius. Wo muss ich denn noch zwei weitere verwenden? Was ist das? Ja, geht mir mehr aus. Die Dinger gibt es auch in dir, in der wir bei Cracker da sein. Welche denn? Wo du nur drauf musst, um die Ops geben. Ja, das kann auch sein. Ja, hier oder? Ich muss noch zwei Energiequellen finden, ne? Ich hasse es, bei Spielen irgendwas zu suchen. Bin ich gar nicht gut drin, ne? Bloß wie nächst bin ich auch nicht gut, meine Dinge zu suchen. Ich schweige an zu finden. Boah, was war das? Leben. Geil. Also, man wird schon belohnt für das Filtering hier. Come on. Bingo. Das hat Bingo jetzt irgendwas zu töten zu tun. Keine Ahnung. Weil es sterben langweilig ist. Ohohoho. War der Guter Frech. War schon okay. Aber du musst dann abwenden. Ja. Abwenden. Ja. Abwenden. Abwenden. Ich bin doch hier zu Ende schmetzeln. Dann werde ich episch Ende machen. Mann, der immer diese Drecksgegner, ne? Weißt du, dann anstatt so fünf Stück zu geben. Nein, die geben direkt 20. Ja. Ja, ich bin doch schon gut. Beziehungsweise 20.000. Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Also, ich habe es nicht geschafft. Also, der Part immer noch nicht zu Ende. Einfach machen sich schnell zu Ende hier. So, der ist tot. Part zu Ende. Keine Zeit mehr verlieren. Oder halt überzielen. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. boilingл .